Ja, Slender, the 8 Pages. Ich werde mich jetzt mal da reinstürzen. Ich hasse solche Spiele. Ich muss dazu sagen, es ist Parkhead aus. Sonst trau ich mich nicht. Ich trau mich einfach nicht. Das muss so sein. Und wir starten jetzt einfach mal. Mal sehen, wie lange ich durchhalte. Letztes Mal waren es ganze acht Minuten. Und ich habe das Gefühl, seit dem letzten Jahr ist der Slenderman hier irgendwie gemeiner geworden. Okay. Slender, the 8 Pages. Oh Gott. Okay. Es geht los. Ich werde jetzt einfach nacheinander zu den verschiedenen Sachen gehen und einfach alles einsammeln. Ich werde jetzt hier nicht erst mal vorher gucken, wo was ist, sondern einfach komplett planlos, ziellos durch die Gegend laufen. Oh Gott. Das ist ja schon die erste Zeit. Okay, wir müssen dann noch da. Alles klar. Man darf ihn nicht angucken, sonst kriegt er dich. Das kriege ich niemals hin. Ich muss ständig gucken, wo er ist. Weil solange er hinter mir ist, ist ja auch alles gut. Wenn er vor mir ist, ist es scheiße. Das Schlimmste ist, wenn man nicht mehr weiß, wo er ist. Oh Gott. Wo ist denn der Weg? Der ist schon bei mir. What the fuck? Wo ist er denn? Auf die... Der ist irgendwo rein... Ah! Der ist ja. Okay. Wir gehen mal ein bisschen schneller, wa? Ich mach mal das Licht aus, damit er uns nicht findet. Okay. Okay. Hm. Nein. Immer auf dem Weg bleiben. Immer auf dem Weg bleiben. Was ist denn das für ein Scheißrauschen, Alter? Da lang? Oder da lang? Da lang? Ich geh da lang. Ah! Oh nein, nicht da lang. Ich würde doch in die andere Richtung gehen sollen. Okay. Ich renne mal ein bisschen. Nein, noch ein bisschen. Nein, wenn man zu viel rennt, dann kann man ja irgendwann nicht mehr rennen, ne? Also ganz vorsichtig. Oh Gott, hier ist auch das Haus. Ich kann nicht in das Haus reingehen, ne? Kriegt er mich immer? Das ist die nächste... Ah, das ist er ja schon. Okay. Aha. Ich will hier raus. Schnell, schnell, schnell. Nein, ich geh da nicht rein. Ah, ich geh auf keinen Fall rein, Mann. Kannst du knicken? Wo ist er? Ist er da? Nein. Ist er hinter mir? Nein. Ah, ist nicht mehr hinter mir. Ist er jetzt hinter mir? Immer noch nicht. Oh Gott. Das kann ja überall sein. Okay, ich will es mich beruhigen. Alles wird gut. Ey, ich glaube, ich mache das nächste Mal den Nebel aus. Also, ich habe Schritte gehört. Da, 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 da ist sowas. Ein Auto. Das ist die nächste Seite. Nein. Oh Gott. Wo ist er jetzt? Jetzt wird er gemein. Jetzt wird er richtig gemein. Oh Gott, ich bin angespannt ohne Ende. Ah! Hinter mir ist, hinter mir ist, hinter mir ist, hinter mir. Einfach gehen. Einfach gehen. Einfach gehen. Einfach gehen. 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 Ha, ha, ha. Wir gehen. 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 Das nächste Seite. Wow, ich bin schon bei vier Seiten. Vielleicht nicht zurückgucken. I can't run. Ja, das ist mir... Oh Gott. Einfach gehen. Einfach gehen. Einfach gehen. 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 Ha, ha, ha. Gehen. 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 Lalalala. Das ist nicht mehr hinter mir. Er ist nicht mehr hinter mir. Das ist nicht gut. Der Wichser kann nämlich von... Oh Gott. Er ist irgendwo seitlich von mir. Aber ich muss noch da, da. Mein Himmel wird immer dicker, habe ich das Gefühl. Fülle ich mir das nur ein? Wo ist denn der scheiß Weg hin? Was ist das? Nein. Ich gehe da, da. Ich habe mich umentschieden. Mann. Hier kann man niemals acht Seiten finden. Ah. Ich habe mich da angeguckt. Nein. Okay. Ganz ruhig. Das ist alles gut. Ich laufe einfach geradeaus. Da kann nichts passieren. Ich laufe einfach geradeaus. Das kann nichts passieren. Ich bin direkt auf dem Weg. Also da ist... Das kann nichts passieren. Links und rechts ist nichts von mir. Der Nebel ist so scheiße dick. Der Nebel ist so unfair. Einfach gehen. Einfach... Nein. Nicht schon wieder das Haus. Okay. Ich gehe rein. Ich gehe... Ich will da nicht rein. Komm mal da durch. Ich gehe rein. Hier kann man da immer durch. Ähm... Raus kommt der ja nicht, ne? Äh... Ne, ne, ne. Wo ist er? Wo ist er? Nein. Nein, nein, nein. Okay, ich gehe zurück ins Haus. Ah! Oh Gott! Scheiß Musik! Scheiß Musik! Scheiß Musik! Schnell rein. Rein, 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 rein. Ich gehe einfach hier rein. Lalalala. Ficken. Ah, hier ist nichts. Kommt jetzt hier rein? Teleportiert jetzt hier rein? Bin ich von hier gekommen? Ich weiß es nicht. Ah! Oh Gott! Da ist ja noch eine Tür! Fuck! Okay, ich gehe da rein. Da, 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 da. Nein! 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 Habe ich jetzt... Gott. Raus! Ich will nicht mehr... Ich habe keinen Bock mehr. Ich will jetzt einfach... Also, ne. Ne! Ne! Einfach gehen. Lalalala. Es gibt doch nicht noch so einen Wald. So einen Waldstück. So einen... Da haben wir gerade Schritte. So schnelle Schritte. Rennt er überhaupt? Lalalala. Ah, 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 ah. Oh, da teleportiert er sich nur. Jetzt ist er irgendwo hinter mir. Oh, er ist jetzt links von mir. Oh, er ist weg. Er ist rechts von mir? Ah! Er ist rechts von mir. Er ist links von mir. Diese Bissenecke. Von den Bäumen kann man sich orientieren, wo der Weg ist. Wenn ich jetzt da lang laufe, laufe ich auch im Gras. Ah! Ich habe ihn nicht gesehen. Ich habe ihn nicht gesehen. Diese Scheißmusik. Diese Fickmusik. Oh Gott. Lauf, 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 lauf. Lauf schneller. Lauf! Da ist ein komischer Baum. Ist das der große Baum? Da, wo ich schon mal die Leite bekommen habe? Ich glaube schon, ne? Fuck. Ich brauche aber so... Oh, was ist denn das für ein Geräusch? Geh, 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 geh. Ich habe das Gefühl, ich laufe durch Schlamm oder sowas. Ne, lauf schneller. Geh, geh, geh los, geh weiter. Aha. Da ist der, da ist der Kegel. Ne, da ist der Kegel. Doch, nein. Oh, Mann. Die Lampe, die leuchtet nicht mehr richtig, oder? Die Schwächere geworden? Da ist ein Auto. Nein, da war ich schon. Nein. Er hat mich gleich. Er hat mich gleich. Ich sehe kaum noch was. Oh, Mann. Diese Fickmusik. Nein. Daschen wir alles aus. Ah! Oh! Ich hasse die Musik. Oh, muss die Musik immer mit diesem Scheiß-Miss wie kommen? Oh, Gott. Nein, 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 noch nicht. Oh, Gott. Oh, ich schwitze übelst. Es ist Sommer. Es ist Sommer und ich schwitze, weil... Oh, Gott. Oh, Gott. Nein. 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 Das ist ein schönes Baum. Nein, der ist hinter mir! Ich seh nix mehr. Oh Gott, ich kann nicht mehr laufen. Nein, er hat mich gleich! Nein! Rinn ins Haus! Oh Gott, nein, bist du in der Sackgasse? Geh weg! Oh Gott, nein, er folgt mir! Wie schnell kann er mir folgen? Nein! 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 Oh Gott, Gänsehaut! Nein! Geh weg! Kannste knicken, du blöder Arsch! Hier muss irgendwo eine Seite drin sein! Hier ist nirgendwo eine Seite, was ist das für ein scheiß Haus! Okay, jetzt ist er hier irgendwo! Nein! Geh weg! Nein, nein, nein! Ah! Fuck! Viel Seiten! Ne, also, ne, sorry. Sphärisch.